Hallo, schön, dass du hier reinschaust. Mein Name ist Angelika Biber und ich werde heute eine kleine Papierserie malen. In einer Mischtechnik, also das heißt, ich werde verschiedene Malwerkzeuge verwenden. Ich werde dabei zeichnerisch vorgehen und da es draußen sehr kalt, ein bisschen verschneit und grau ist, habe ich mir gedacht, ich lasse euch mal einen schönen, frischen Farbklang erleben. Ich werde also in grünen Tönen arbeiten und ein bisschen floral. Viel Spaß beim Zuschauen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020